Was ich auch, ich will natürlich auch Spaß dran haben, ist ja klar. Jeder will daran Spaß haben. Wenn ihr irgendwas habt, was ich noch verbessern soll, und ich damit einverstanden bin, das zu machen, ich will jetzt hier auch nicht einer werden, der irgendwie keinen Spaß dran hat, nur damit ich Spaß habe. Ich mache das, wo ich mich Spaß mache, weil... Das ist natürlich eine schöne Aufnahme, das hat geklappt. Aber jetzt geht die Frapster wieder nach oben. Lassen Sie die Formalitäten stecken. Ich habe hier eine Angelegenheit größter Dringlichkeit. Ich glaube zunächst noch, dann werde ich das Team und Reisikümer noch mal beenden. Das ist aber, was ich noch so anhaben. Wenn herauskommt, was wir planen, könnten wir einen ausgewachsenen Aufstand der Einheimischen am Hals haben. Was genau planen wir denn? Das werden Sie noch früh genug erfahren. Ich habe darum gekämpft, Sie herzuholen. Ihre Fähigkeiten als Skriptologe werden auf diesem Planeten ziemlich unterschätzt. Spielen Sie Ihre Karten gut aus, werden Sie es weit bringen. Bauen Sie Mist, wird der Planet Sie wie ein Stück. Dreck ausspucken. Ich werde mein Bestes geben. Also ich habe auch jetzt noch nicht so viele Let's Plays, was natürlich auch noch so ein Grund ist, von Abortagen sehen. Ein Let's Play hier von Dracaddy, von den Gold Mirror Games. Hat mal ein Let's Play davon gemacht, die einzige ist glaube ich bis jetzt so. Das fand ich sehr, sehr lustig. Das war das erste Let's Play, was ich so angeguckt habe. Das war der erste Kanal, den ich so umniert habe. Und ja, jetzt gucke ich mir sehr, sehr viele Let's Plays an und gucke mal so, ob die Außenseiter, die jetzt momentan, ich fühle eigentlich nichts gegen die Sagen, aber die machen momentan echt sehr, sehr viel Dreck. Und da bin ich gerade nicht, äh, leck. Ja, das muss auch mal sein. Gestern in der Aufnahme hat, in der Testaufnahme hat alles perfekt geklappt. Ja, und ich habe auch so, ich habe das ja alles gespielt. Ich habe nur bei der Anfang ein bisschen weniger. Warum? Ich werde mal kurz die Aufnahme beenden und werde gleich wiederkommen. Ich werde hier genau stehen bleiben und gleich wiederkommen. So, und weiter geht's. Ich habe einfach mal Steam und so ein... Was beendet Steam? Wo ist der Hingel? Mal schauen, ob... Das wird so eine Lex kriegen, aber wir müssen ja nochmal ans Telefon gehen. Und das rufen mich der gleiche Freund wie eben dann. Und der gleiche Freund zum 35.000. Mal. Es geht wegen einer Lahn. Ähm, und der ist immer noch links im Bild, was ich irgendwie richtig scheiße finde. Und ich werde mal durch den Nebel rennen müssen. Wo muss das denn hin? Joach, da ist es. Also wir haben jetzt Waffen. Ganze vier schon mal. Aber ich werde jetzt mal wieder unendlich aufschießen. Also es bringt nichts, wenn wir auch mal unsere eigenen auf treffen sollten. Ach, ich mag das einfach. Ja, ich mag es, Leute abzuschießen. Ähm, so, als nächstes muss ich glaube ich hier vorne. Und dann, naja. Ihr werdet sehen, was kommt. Ich weiß es schon. Weil ich jetzt gestern schon ein bisschen gespielt habe. Hatte. Ja, jetzt auf einmal. Ich hätte jetzt so viel Zeit da gehabt, umzulaufen. Äh. Gut, steigen Sie auf das Haupttor und geben Sie den Truppen Feuerschutz. Oh, okay. Gebt mir Feuerschutz. Ah, ticke. Yay. Ja, so muss das sein. Wie wäre es, wenn man jetzt einfach reingehen würde und das trotz machen würde. Fände ich jetzt logisch. Anstatt jetzt hier. Nein, die brauchten ja Missionen. Auf jeden Fall, weil das ist schon mal so eine Mission. Die fehlen jetzt nicht unbedingt. Das ist schon mal so eine Mission. Ja, dann kann man auch so schießen. Das ist ganz lustig. Komm, stirbt mich. Lieber Hund. Oder noch so ein Hund. Da hinten. Ach, ich habe meine eigenen. Ich habe das einfach nicht gehabt. So. So. Dann komme ich her, wo ich. Ja, ich habe das einfach nicht. Ja, egal. Ich soll ja irgendwie nicht richtig wetten. Ach komm, stirbt jetzt. Ach, schuld. Oh, ich will jetzt oben. Ich will jetzt hier hinfetzen. Oh, ich will jetzt hier oben wieder hinfetzen. Oh, ich will jetzt hier oben wieder hinfetzen. Ah, ist schon ein bisschen böse, der hier. Ziel erreicht. Es sind zwar überall noch Wölfe, die die Soldaten angreifen, aber ich habe mein Ziel erreicht. Ja, ich will jetzt hier keinen Bunnyhop runter machen. Ich bin so ein kleines Weicher schon. Na? Haben wir es geschafft? Alles gut bei dir? Jetzt immer noch. So, so, du stehst da echt. Das ist, ich finde es geil, das Spiel. Okay. Wie, er guckt, ohne Ahnung. Aber er guckt da nicht mehr nach, weil er jetzt umballert oder so. Merkt man ja auch nicht, dass da irgendwie völlig bescheuert ist. Ich will kaputt machen. Ich will kaputt machen. Oh ja, die richtig einleveln kommen noch. Was soll ich hier aufdrücken? Teleport! Alter, ich könnte jetzt teleporten. Jetzt muss ich, glaube ich, sogar zu la... Ne, wo bin ich denn? Ich bin doch richtig. Mensch, ich kann doch mich gleich hierhin teleporten. Mensch. Ach, so kann man auch allen machen? Irgendwo kann man, glaube ich, schnell laufen. Ach, es gab ja so spezielle Fähigkeiten. Regen gehört nicht dazu. Äh, wo kommen wir dann mal noch mit diesen speziellen Fähigkeiten? Ja, so kann man nachladen. Ah. Ah, hier. Warte, jetzt. Die Tasten? So, drücken wir mal mal hier eine Runde. Obwohl sie die Spezialfähigkeiten getastet haben. Es ist noch nicht vorbei. Einer der Männer hängt immer noch im Zaun. Nehmen Sie einen Buggy und helfen Sie ihm. Der Junge heißt Dalton und ist ziemlich verängstigt. Was hat ihn erschreckt? Sie werden es rausfinden. Oh, ja, ich denke jetzt bestimmt auch bescheuert. Wenn ich jetzt zu Let's Play anfange. Ich rede irgendwie jetzt fünf Stunden mit mir selber. Aber nicht fünf Stunden dabei auch. Oh, naja. Oh, naja. Wo liegt der denn? Ming's-Depth? Oh, ja. So, dann soll er die uns ein Todesverliegen. Na ja, die werden wir auch noch töten. Und aufreiten. Aber dann sind wir nah wie vorgehalten. Ich glaube als Soldat. Weiß ich gar nicht. Sie sind ein bisschen nah. Ja, ähä. Sie geht schon mal nicht. Na, dann fangen wir mal hier an. Ja, ich bin so gut dran. Ja, ich fahr die eigentlich schon mal so. Aber hier soll ich gar nicht hin. Also, komm weiter. Ja. Na, fahren wir hier dann den Weg. Ja, komm. Hä? Komm. Ja, nee. Er stirbt auch nicht mal. Da beißt man dabei. Ach, komm. Das ist mir jetzt einfach zu blöd. Komm her. Wo bist du denn? Ich hab sie da gefangen. Ja, ja, ja. Ja, toll. Sag mir doch mal einer, wie ich jetzt da hinkomme. Ja, RDA. Hm, hm, hm. Ach so, weil 10-Zell-Prumm kriegt, glaube ich, ein Level. Oder jedenfalls, eh nicht. Ja, hier hat schon mal einer versucht, langzufahren. Das sieht man ja. So, du brennt da auch noch. Schön, Sie zu sehen. Schön. Na, jetzt hab ich auch, das ist die Bestätigung für die Fertigkeit. Ah, komm, stirb doch. Nein, hört auf. Ah, jetzt muss ich aber hier. Jetzt muss ich aber hier. Jetzt muss ich aber hier. Andere Seiten aufhören. Wenn du aber mehr richtig anfangen zu spielen. Ah, später haben. Wenn, wenn man Navi ist, ist es nur alles. Und das macht's mehr. Ah, komm hier. Nein, komm hier. Ja, komm hier. Ja, komm, du bist jetzt mal zwei Laufeln zu. So, ist richtig. Ist richtig! Ist richtig! Ist richtig! Naja, wir werden noch ein paar mehr Töten von dir längern. Ausweichen mach ich also auf der hier. BAM! BAM! Damit, damit gehen wir jetzt mal dahin. Nein, ich weich den jetzt nicht noch raus. Haha, ich weich ja auch. Haha. 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 Äh, ja. Ich hab ne Waffe. Aha. Ja, komm. Nicht jetzt. Ach komm, hör doch auf. Was macht ihr denn da? Ich hab euch getötet. Aber solltet ihr bitte auch tot bleiben. Ein Glück, dass sie da sind. Hier ist alles voller Hunde. Ich musste hier rein, um sie loszuwerden. Hilfe! Ich kann hier ohne Funkpeilung nicht weg. Die Natterwölfe sind überall. Die Mission hat höchste Priorität von Falco. Wir sollen Navi-Aktivität aufspüren, aber es geht einfach nicht. Nein, das geht nicht. Nein. Nein. Ich hab auch ein Signal, aber ich habe das noch nie gemacht. Okay. Schaffen Sie es halt zur Basis... ... ...